Wo soll ich hin? Da lang. Hier komme ich nicht hin. Da ist grün. Was haben wir denn hier schön nicht? Nichts. Sehen Sie ein blinkendes Wireless-Signal? Ja. Gut. Das heißt, Sie kommen noch ins System. Sobald der Server da ist, verbinden Sie Ihre Alimut-Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird es jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl. Und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Helix, Helix, Helix. Woher kommen wir Helix jetzt? Helix heißt die Währung in Unity. Oh. Jedes Kernsegment muss von einem Strahl versorgt werden. Ja, aber wie mache ich das jetzt? Ring drehen, ring drehen. Nächster Ring. So. Gut gemacht. Dieser Kern war nicht komplex. Aber das Reboot der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Okay. Also wird es schwerer. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der der Gier anheim fiel. Und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altair ibn la'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel. Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dort. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weisemann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Jetzt kommen sie mit der Geschichte an. Das ist verdammt interessant. Die Assassinen wollen... Mache ich. Oh, hier ist noch ein Bildschirm. Ja. Ja, auf jeden Fall ist mir da noch. Doofe Frage. Ich weiß, Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe oder zu mir. Vorher verrate ich nur, dass Shays Geschichte die Antwort birgt. Shay wird sie zu einem tieferen Verständnis führen. So, was ist das? Oh, das ist ja jetzt hier ein bisschen tricky. Viereck. Okay. Okay, ich leitet das ab. Okay, jetzt haben wir das, wie wir das eigentlich so haben. So. So. So, dann machen wir das jetzt so. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das. Na, ein bisschen, ein bisschen twiggy, aber so, man kriegt es schon raus. Und das wird noch schwerer, ey. Und das wird noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ein trauernder William Miles ging in den Untergrund und überließ die Bruderschaft Gavin Banks. Banks führte ein kleines Team in der ganzen Welt und versuchte, Assassinenzellen aufzubauen. Er wurde in Kyoto, Moskau und Paris gesichtet. Miles tauchte Ende 2013 wieder auf. Und wir wissen, dass er an der Infiltration von Abstergo Entertainment Montreal durch die Assassinen Sean Hastings und Rebecca Crane beteiligt war. Sowohl Miles als auch Banks sind verschwunden. Agentin D'Acosta hat den Akashic-Satelliten Plexus angewiesen, den Planeten nach Assassinen-Aktivitäten abzutasten. Wir müssen sie nur noch finden. Alter Schilter. Das ist ja geil. Das ist ja geil. So, haben wir hier noch was zum Reparieren? Noch ein PC? Ich will noch ein PC. Ich will noch ein PC. Oh, hier, was haben wir hier? Dokumente sind mir geil. Hier komme ich überall noch nicht hin. Würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt erstmal zu den anderen Terminates. Oh, hier haben wir da noch was. Boah, nee. Zum Lesen bin ich jetzt zu faul. Ich will hier lieber PCs hacken. Ich will mehr Hintergrundinfos. Ich will Videos tonen. So, ich will alles wissen. Hier ist nichts. Handschuhe. Hinter die Bar will ich vielleicht nicht da noch was. Nee, hier liegt nichts, oder? Nee, hier liegt nichts. Ach, das ist das Büro von der. Diesmal ist ein Typ dran, oder? Wer bist du denn? Security, okay. Ich gehe erstmal hinten lang. Ich kenne das alles noch aus Black Flag. Nö. So, das ist meiner, oder? Nö, ist nicht meiner. Da ist noch was zum... Da sägt doch noch ein PC. Hier. Ah, hier komme ich rückend. Ha! So. 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 Stop. So. 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 Okay. So. Ich habe hier eine Angusfläche. Okay. Shit. Okay, okay, okay. Jetzt aber. Sind Sie in Deutschland? Ja, ich bin in Essen und suche nach einem Artefakt namens Ankh von Isis. Können Sie mir dazu etwas sagen? Geben Sie mir eine Minute, um meine Maschinen anzuwerfen. Okay, nicht viel. Es gibt eine obskure Datei vom Datenmüllscanner, der es erwähnt. Und vermutlich im 14. Jahrhundert bekämpfte in Deutschland ein Assassine namens Lukas Zurbruck einen Templerableger namens Die Brüder des Kreuzes. Wie originell. Das ist die Datei, die mich zu diesem öden Scheißhaufen geführt hat. Sonst noch was? Etwas außerhalb der offiziellen Abstergo-Aufzeichnungen? Keiner hat das Ding je gesehen. Es gibt jede Menge Legenden über seine Geschichte. Aus dem römischen Gallien, dem mittelalterlichen Ägypten und selbst von einer Zelle heutiger Assassinen. Oh! Und offenbar erweckt es die Toten. Gibt es Beweise, die das stützen? Keine. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, das ist Bullshit, den die Assassinen verbreiten, damit Leute wie wir wertvolle Zeit damit verlieren. Das riecht nach Falle. Zugegeben. Achten Sie auf neue Informationen in Sachen Ank. Auch wenn Sie nicht zu einem Artefakt führen, können wir die Daten vielleicht zu einem Assassinen zurückverfolgen. Alles klar, Boss. Wohin geht es jetzt? Kuba. Ich werde das Observatorium ausgraben. Okay, 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 okay. Guck mal, da der Sache schon näher. Hier ist noch ein PC. Da, da. Da drinnen. Shit, da komme ich ja gar nicht rin. Da sind ja... Mensch. Ist ja doof. Da sind ja welche. Hm. Gucken wir mal, was noch hier ist. Das ist mein Platz. Das habe ich nicht. Hier ist nichts. Abgeschlossen. Oh, hier ist noch einer. Wer weiß, ob da nicht wieder Probleme sind. Schnell machen, solange alles leer ist. Weil wenn die wieder da sind, dann komme ich wieder da nicht ran. Oh, die ging ja schnell. Hatham Kenway bleibt für mich die kontroverseste Figur. Ich hege großen Respekt für ihn. Immerhin war er der Großmeister des Kolonialritus, mit dem Auftrag, eine Vorläuferstätte zu finden. Hatham war gerissen und skrupellos. Aber er zeigte eine gewisse emotionale Schwäche, die zu seinem Fall führte. Er verlor als Kind seinen Vater und der englische Großmeister, Reginald Birch, erzog ihn zum Tempelritter. Hatham erfuhr schließlich, dass sein Vater Edward ein Assassine war. Dass er beschloss, Templer zu bleiben, statt in seines Vaters Fußstapfen zu treten, beweist mir, dass er glaubte, schon auf dem rechten Pfad zu sein. Als Hatham entdeckte, dass Birch einer der Mörder seines Vaters war, töteten er und seine Schwester ihn aus Rache. Ich glaube, das war der Anfang von seinem Ende. Templer töten aus Nutzen, nicht aus Gefühlen. Als er entdeckte, dass sein Sohn Connor Assassine war und gegen ihn arbeitete, stoppte dieselbe emotionale Schwäche seine Klinge. Ein trauriger Connor erwies ihm nicht dieselbe Gnade. Ja, da haben sie recht. Ich hab mich getötet. Hier ist noch was. Hier ist noch ein PC. Was? Wie komm ich denn da hin? Da, da, da. Ah, hier haben wir ein Dach. Da müssten wir eigentlich alles haben. Oof. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, so, das macht die. So, nochmal das. Das. Hm. So, nochmal das. So, nochmal das. So, nochmal das. Okay, 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 okay. Und... Geht nur da durch. Geht nur da durch. Der versorgt die Beden. Der versorgt die Beden. Also muss ich jetzt den... Jetzt habe ich es. Ich merke schon, ich werde mit diesen Rätseln ordentlich zu tun haben. Gut, der Strohkopf ist in der nächsten Animus-Sitzung und ich habe meine Koffeindosis. Alles okay mit der Welt. Gut. Das ist nicht gerade Ihre Mission, stimmt's, Boss? Jede Mission ist auf Ihre Art wichtig. Dennoch, ich wette, Sie wären lieber mit Ihrem Team da draußen, um Sean Hastings zu jagen. Sie denn nicht? Na klar, ich will einen Logenplatz für die Show. Irgendwas für ein Sorkin? Er soll mich updaten in... 43 Minuten. Gut. Darf ich Sie was fragen? Aber ja. Wie ist es in einem Animus? Ich habe das Anime-Trainingsprogramm durchlaufen. Es war ähnlich wie die Übung bei den Uti-Jägern. Sie haben nie einen normalen Animus benutzt, um Ihre eigene Geschichte zu erleben? Nur ein Mach. Wirklich? Wer waren Sie? Ich war ein junger Mann. Beim Wikingerüberfall auf Lindisfarne. 793. Nordostküste Englands. Sorry. Geschichtsnerd. Und? Wie war's? Es war Sommer. Gutes Segelwetter. Das Kloster war ein Zentrum religiöser Studien. Wir sind dort eingefallen wie eine Flutwelle. Und? Und? Wir plünderten und brandschatzten. Sie hielten uns für Dämonen. Die Details der Erinnerungen waren so lebhaft. Ich verfiel in einen Blutrausch. Ich besiegte einen Sachsen, einen großen Krieger. Ich wollte ihn nicht töten. Und lud ihn in unseren Clan ein. Oh, nordische Adoptionsrituale. Die Chance, mit den Wikingern die Welt zu umsegeln? Ja, eine Chance, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. Was war dann? Er weinte. Dann schrie er, dass Gott sein Volk verlassen habe. Und dass nichts als Chaos bleibe. Er tat mir so leid. Ich tötete ihn, ohne nachzudenken. Wenn wir hier fertig sind, müssen wir den Strohkopf auch töten? Wir werden sehen. So, jetzt werde ich aber wirklich mal zu meiner Station zurückgehen. Und... Vielen Dank.